Ich bin der Seb Loris, ich bin hier von Zürich und ich bin Musiker. Musiker ist für mich einfach Freize, im Moment das Gefühl von pure Existenz. Musiker ist für mich. Alles um einen herum kann inspiriert sein. Man muss sich einfach achten. Vor allem auch auf sich selbst achten. Schlussendlich ist es einfach nur eine Perspektive. Und wenn sich jemand in meiner Perspektive sehen kann, ist das wunderschön. Ich glaube meine kolumbianische Herkunft hat Einfluss auf völlig alltägliche Sachen. Einfach mehr, als wenn ich Sachen sehe. Wir haben alle das Gefühl, dass Wurzeln in zwei verschiedenen Herkunftsländern haben. Es ist wie schwierig sich immer in gewissen Situationen für etwas oder anderes zu identifizieren. Weil mehr ist einfach beides immer. Was mich mein Mann auch sehr prägt hat, ist einfach mit der Offenheit und Liebe von Menschen. Musiker ist für mich. Ich habe die Gitarre geschenkt bekommen. Und eigentlich seit diesem Moment wirklich immer Musik gemacht. Musiker ist für mich. Musiker ist für mich. Musiker ist für mich. Musiker ist für mich.